Es begann heute Vormittag mit einer Erleichterungsrallye, nachdem der Gegenschlag der Israelis doch ziemlich eingegrenzt war. Die Iraner sagen, ja wie, da war doch gar nichts, wer hat mich denn geschlagen, da war ja nichts. Insofern ist das natürlich eine absurde Situation, da sagt einer nicht, dass das gewesen ist und der andere leugnet, dass da irgendwas passiert ist, schon eigentlich absurd. However, die Märkte erst mal erleichtert, weil sie sich gesagt haben, ja gut, der Iran hat jetzt keinen Grund, irgendwie zurückzuschlagen oder es wieder einen Gegenschlag zu machen, dieses Tit-for-Tat. Also ist doch super, dann steigen wir mal ein bisschen, aber heute sehen wir dann schon Verfallserscheinungen, denn heute ja Verfall an der Wall Street. Aber eins ist doch offensichtlich, der Nasdaq ist der schwächste Index an der Wall Street und das hat gute Gründe, denn wir sehen gerade eine Art Platzen in Zeitlupe der KI-Blase. Es fing an mit ASML, dem Chip-Maschinenbauer, der miese Zahlen vorgelegt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Heute Nacht dann TSMC, die Taiwanesen mit einem sehr gedämpften Ausblick, nicht so wirklich gut und heute super Microcomputer. Und wenn man das ganze Bild zusammensetzt, dann stellt man fest, naja, es ist von Anfang an ein Hype gewesen, ein überzogener Hype, der ist jetzt ein Stück weit vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie man das Ganze auffangen will, nachdem eben dieser KI-Hype immer wieder darüber hinweg getröstet hat, dass die Zinsen nicht sinken in den USA. Macht nichts, wir haben doch KI, hat man sich gesagt. Und wenn diese Hoffnung wegfällt, weil man feststellt, das haben wir uns ein bisschen größer gedacht, als es faktisch ist, dann könnte es wirklich interessant werden an den Märkten. Falls Sie sich wundern heute, warum die Amis, vor allem der S&P, wenn Sie den mal im Auge haben, und das sollten Sie, um die 5000er Marke immer rumwuselt, dann sehen Sie hier, da ist einfach das größte Open Interest hier am Verfallstag. Da wird gezogen und gezerrt, also kein Wunder, dass wir da immer rummeandern, um diese runde Marke, in einer Situation, in der die Aktienmärkte in den USA im kurzen Zeitfenster überverkauft sind. Wir sehen hier, weniger als 30 Prozent der S&P 500 Aktien handeln jetzt noch über ihren 50-Tages-Durchschnitt. Der Nasdaq 100 ist das erste Mal unter seinen 100-Tages-Durchschnitt gefallen, gestern Abend, seit Anfang November, also schon ein paar Tage her. Und hier sehen wir, dass Short-Term, also im kurzen Zeitfenster etwa die Aktien über ihren 20-Tages-Durchschnitt, da sind wir schon ziemlich tief, da ist manches schon passiert, wo wir jetzt in einer Situation sind, dass eigentlich so ein Bounce technisch immer wieder gerne kommt. Und interessant ist die Beobachtung, dass nach wie vor aber 40 Prozent der Aktien über ihren längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt handeln, der in den USA stark beachtet wird, aber genauso viele unter ihren 50-Tages-Durchschnitt sind. Das heißt, wir haben so eine Aufspaltung jetzt längerfristig. Ist das noch so einigermaßen okay, kurzfristig trübt sich das Bild ziemlich deutlich ein. Wir hatten eine solche Situation im gesamten letzten Jahr nicht. Also wir sehen, da divigiert etwas und hier auch nochmal viele Parameter, die kurzfristig schon ziemlich überkauft sind, die durchaus eine Rallye, eine Gegenbewegung möglich machen, die dann vielleicht beim S&P 500 wieder gehen könnte, zum Beispiel zur 50-Tages-Linie, die könnte dann bei 5100 in der Zone, könnte das Ganze nochmal hinlaufen. Aber wenn wir es nicht schaffen, diese Marke zu erreichen oder diese Gegenbewegung nicht kommt, dann könnte es auch weiter Richtung 4900 gehen und dann eben auf den 200-Tages-Durchschnitt, der deutlich weiter unten ist, dann wären sogar Kursziele um 4800, 4600 Punkte im S&P durchaus drin. Aber wir haben Jim Cramer und wenn der sagt, der Markt hat seinen Boden noch nicht erreicht, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Rallye. Das ist gar keine Frage, aber es wird schwieriger für die Aktienmärkte, denn wir sehen, dass wir jetzt den größten zwei Wochen Abfluss haben aus US-Aktien, wie die Bank of America hier feststellt. Es ist vor allem die schwindende Aussicht auf sinkende Zinsen, die hier nervös macht. Und gute Nachrichten sind jetzt nicht gute Nachrichten für die Märkte. Gute Nachrichten heißen ja, Wirtschaft steht gut da, Fett kann nicht Zinsen senken. Und auf der anderen Seite sehen wir an den Kreditmärkten jetzt schon durchaus Stresserscheinungen, Stichwort High Yield Bonds, die Renditen, die Risikoprämien steigen recht deutlich. Und wir dürften wahrscheinlich jetzt die dritte Woche in Folge, kann sich alles noch ändern, aber da müsste schon noch eine richtige Rallye stattfinden, negativ aus dem Handel gehen. Und einer der zentralen Gründe ist natürlich die Fett. Schauen wir mal, wir haben jetzt zehn Monate seit der letzten Zinsanhebung. Und normalerweise dauert es durchschnittlich acht Monate nach der letzten Zinsanhebung. Ich glaube, die war im Juli, was ist so, Juli 2023 dauert es acht Monate durchschnittlich, bis die Fett dann wieder anfängt, die Zinsen zu senken. Jetzt haben wir schon zehn Monate und die Aussicht, dass sich das bald ändert, wird immer geringer, wenn selbst jemand wie Gulsby, der mit Abstand das doffeste Mitglied innerhalb der Fett ist, sagt, ja, es macht Sinn zu warten, um mehr Klarheit zu bekommen und so weiter und so fort. Also selbst Gulsby erteilt jetzt einer baldigen Zinssenkung, für die er noch vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen massiv plädiert hatte, eine Absage. Und das zeigt, dass die Stimmungslage innerhalb der Fett sich komplett gedreht hat. Noch vor kurzem, nicht lange her, hat uns Herr Jerome Paul erzählt, ja, es fehlt nicht mehr viel. Und dann haben wir das Vertrauen, dass die Inflation auf zwei Prozent zurückgeht. Nope, ist nicht so eingetreten. Und hier ein Faktor natürlich auch die Benzinpreise in den USA, die jetzt einen neuen Jahreshüchststand erreichen, mit 3,68 Dollar durchschnittlich in den USA. In Kalifornien wird gerne über 5 Dollar die Gallone bezahlt. Kein Wunder, die haben ja eine ähnliche Energiepolitik wie in Deutschland. Die haben zwar dann mit dem größten CO2-Ausstoß, weil sie so eine grüne Energiepolitik fahren, weswegen man dann Atomreaktoren abschaltet und dann auf andere Quellen umsteigen muss. Aber schwamm drüber, jedenfalls das ist die Botschaft, der Benzinpreis steigt. Jetzt sehen wir, die Benzinpreise jetzt 4,5 Prozent gestiegen im April. Das wird sich dann in den Inflationsdaten wieder bemerkbar machen. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal einen Vergleich mit allen Wahljahren. Das ist die schwarze Linie unten. Das ist das Normale. Was wir hier gesehen haben, ist noch besser als die superbesten Ergebnisse in Wahljahren oder wo die Aktienmärkte am besten performt haben seit 1949. Wir waren sogar noch besser. Und wir sehen aber jetzt, dass zwei Faktoren ein bisschen problematisch werden, die eigentlich gesetzt waren. Nämlich Zinsen gehen runter, Wirtschaft bleibt super, Inflation kommt runter, das Narrativ wird immer unwahrscheinlicher. Und jetzt eben auch das Anschießen der KI-Euphorie. Und hier sehen wir mal, die US-Wachstumsaktien haben es nicht geschafft, noch weiter zu steigen, nachdem man im Prinzip jetzt hier einen Doppeltop macht zu dem, was man erreicht hat im Dezember 2021. Und hier sehen wir mal, das Boot ist relativ voll. Da wird sich ein bisschen gedrängt und kann sein, dass da einer runterfällt. Man hat das Gefühl, Tesla ist der Wert, der hier als erstes mal runterfällt. Wir sehen aber auch Microsoft plötzlich, Chart ist nicht angeschlagen. Apple ja schon länger, nie wieder. Kommt jetzt so langsamer, bis sie unter Druck. Und apropos Nvidia, wir sehen, dass Nvidia, oder genauer gesagt, dass wir null Earnings-Wachstum hätten, also null Gewinn-Wachstum in den USA hätten, wenn es nicht Nvidia gäbe. S&P 500 ohne Nvidia, minus 0,1% Earnings-Growth. Aber wir haben ja durchaus ein starkes Wachstum gehabt bei den Kursen. Und jetzt plötzlich stellt sich heraus, ohne Nvidia würden die Gewinne nicht steigen, sondern bestenfalls stagnieren. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht, die heute auch Meta erhalten hat. Denn Peking hat Apple angewiesen, WhatsApp und Threads von Meta aus dem chinesischen App-Store zu entfernen. Und wir sehen hier, Tech ist weitgehend unter Druck. Natürlich Netflix, oder was heißt natürlich, aber Netflix nach den Zahlen, respektive dem Verweigern von Abonnentenzahlen, was man zukünftig nicht mehr nennen will. Inzwischen ist das Minus ein bisschen größer geworden, oder war zumindest. Die Dinge können sich ja schnell ändern. Aber eins ist eben jetzt doch klar, ASML war der erste Schlag. Das hat jetzt der TSMC, die haben praktisch den globalen Chip-Outlook gesenkt für 2024. Wir sehen TSMC mit dem größten Kursrückgang seit 18 Monaten. Auch da scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein. Das heißt, diese ganze KI-Euphorie, die ist offenkundig vorbei. Und wer ist am gefährdetsten in diesem ganzen Konstrukt? Wer ist am meisten gestiegen? Nvidia hier mal ein Vergleich mit ASML und Taiwan Semiconductor, die ja auch nicht so schlecht gelaufen waren. Aber hier sehen wir, da ist ein bisschen mehr passiert bei Nvidia. Mann, ist da viel Luft drin, wenn das mal rausgeht. Und hier sehen wir von Galtner eine wunderbare Grafik, die mir ein Finanzmarkt-Weltleser zugemailt hat. Vielen Dank. Hier sehen wir eben diese KI-Euphorie in den verschiedenen Stufen. Und dann geht es bergab. Dann kommt das Tal irgendwann der Ernüchterung. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann will keiner mehr von KI was wissen. Aber dann wird es wieder interessant, denn dann sind da Potenziale. Kurzfristig muss Luft aus dieser Blase entweichen. Das ist das große Thema. Und da sind wir auch etwa bei jemandem wie Michael Saylor von MicroStrategy, der jetzt seit Jahresbeginn 370 Millionen Dollar erlöst hat durch den Verkauf eigener Aktien, weil die Leute so schlau sind, seine Aktien zu kaufen, weil der nur ein Ziel hat, immer mehr Bitcoin kaufen, Bitcoin kaufen, Bitcoin kaufen. Heute eher das Haufen. Also da sehen wir, dass da möglicherweise so ein paar Dinge jetzt eskalieren. Und manche sind die Profiteure wie Michael Saylor, der das Ganze schön in Fiat tauscht, in Fiat-Geld tauscht, weil er ja so ein großer Bitcoin-Fan ist. Hier sehen wir jetzt mal eine Warnung von JP Morgan. Ja, es könnte so sein wie beim August Sell-Off damals. Ja, auch so ein bisschen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, soweit ich das erinnere, die sich dann zerschlugen. Dann ging es ja doch runter bis Ende Oktober, bevor dann diese massive Rallye einsetzte. Da habe ich Ihnen hier nochmal den Kursverlauf seit 31. Juli. Das war, glaube ich, das Hoch, das wir 2,23 gesehen hatten. Dann ging es ja runter bis Ende Oktober. Und Warnzeichen sind genug da. Hier habe ich Ihnen mal einen Chart, der displayt, der wo praktisch vergleicht, Consumer Discretionary, also ein offensiver Risk-On-Sektor gegen Consumer Staples. Und das sind langweilige Dinge wie das täglichen Bedarf zur Konsumgüterhersteller, meistens gute Dividende, aber GAN, also wirklich defensive Werte. Hier sehen wir, der S&P ist weiter gestiegen, obwohl hier dieses Verhältnis zwischen Consumer Discretionary und Consumer Staples, also offensiv gegen defensiv, Risk-On gegen Risk-Off, hier schon in der internen Struktur signalisiert hat, da stimmt etwas nicht. Und das sehen wir jetzt, dass das schwierig wird. Wir haben jetzt zunächst ja diese Erleichterung gesehen, über die Begrenztheit des Gegenschlages von Israel. Aber in Israel wird das starke debattiert, vor allem innerhalb der Koalition von Netanyahu. Und die Rechten und Religiösen sagen, das war doch ein Witz, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das bringt Netanyahu unter Druck. Zu erwarten ist, dass jetzt bald eine Bodenoffensive gegen Rafah beginnt, damit Netanyahu diesem Druck, den er innerhalb seiner eigenen Koalition hat, standhalten kann. Muss er irgendetwas tun, Rafah aber wiederum, haben viele arabische Nationen gesagt, ist No-Go, wenn da eine Bodenoffensive kommt, der Israel ist, dann würde man wieder verschärft reagieren. Also wir sehen, das ist ein Pulverfass, das nicht so schnell wirklich erlischt. Der drei abschließende Empfehlung, meine Damen und Herren, Supermicrocomputer, der Aktie-Crash von 17%. Ja, warum, wieso, weshalb? Das lesen Sie hier in der ersten Empfehlung, die Sie gerne teilen über Social Media. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Zinsen, wenn die Aktienmärkte richtig stark fallen, dann würde die Fed die Zinsen senken, sagt mein Kollege Wolfgang Müller. Und der hat viel Erfahrung und der hat die Fed schon lange beobachtet. Zweite Empfehlung, auch gerne teilen, bitte. Und die letzte Empfehlung, das ist nochmal zur Fed, die Uhren für eine Senkung der Zinsen werden zurückgestellt. Hier mal das Big Picture in Sachen Zinsen, Inflation und so weiter und so fort. Dritte Empfehlung, jetzt empfehle ich ein schönes Wochenende und sage Servus. Ciao.